Hey, wir tun hier beim Wien Hauptbahnhof Ey, wir sitzen am Kreis und essen Schnitzel mit Reis Keine Ahnung, was du für Probleme hast, denn Ja, wir chillen hier beim Wien Hauptbahnhof Ey, wir sitzen am Kreis und essen Schnitzel mit Reis Wir chillen hier von 9 bis 22 Uhr, haben keinen Stress wegen gutem Zeugnis Wisst ihr, was wir so lieben? Wir können hier Casino spielen Turnierleiter, bitte nehm mich an, damit ich mit dem Preisgeld in nem Imbiss kann Die kleinen Kinder hier müssen Fortnite zocken Wegen solchen Leuten muss ich doch gleich kotzen Hey, wir chillen hier beim Wien Hauptbahnhof Ey, wir sitzen am Kreis und essen Schnitzel mit Reis Keine Ahnung, was du für Probleme hast, denn Ja, wir chillen hier beim Wien Hauptbahnhof Ey, wir sitzen am Kreis und essen Schnitzel mit Reis Ucke, wir sitzen Hannah, wir sitzen am Kreis und Jerusalem